Produktivität anstatt Leistung Wussten Sie, dass sämtliche Armada Faserlaser die Möglichkeit bieten, mit Druckluft zu schneiden? Um Ihre Betriebskosten zu minimieren, ermöglicht Ihnen gerade der Ensis Faserlaser, eine Vielzahl von Materialien unter Verwendung von Standarddruckluft zu bearbeiten, wodurch die Kosten für Hilfsgas auf null reduziert werden. Wir verstehen, dass Effizienz und Kostenbewusstsein in der heutigen Geschäftswelt von zentraler Bedeutung sind. Unsere Faserlaser setzen nicht nur Maßstäbe in puncto Leistung, sondern zeigen auch eine verantwortungsbewusste Ressourcennutzung. Wenn Sie also Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die Betriebskosten im Auge behalten möchten, empfehlen wir einen genauen Blick auf die Ensis AJ mit nur 3 kW Leistung. Eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion. Erfahren Sie mehr über die Ensis AJ 3 kW und lassen Sie uns gemeinsam die Brücke zwischen Effizienz und Kostenbewusstsein schlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017